Hallo zusammen, ich bin Gianfranco, ich bin 20 und mache meine Lehre hier in Menedorf im Appisberg als Automatik-Monteur. Kommt doch mit und ich zeige dir, was ich so in meinem Alltag mache. Unsere Arbeit ist sehr vielseitig und wird überall auf der Welt gebraucht. Wir verwenden viele Handwerkzeuge für kleinere Aufträge. Wenn wir aber grössere Aufträge haben, steigen wir auch auf automatisierte Maschinen um, die uns die Arbeit erleichtert und uns schneller voranbringt. Zum Glück bekommen wir bei uns im Appisberg auch die nötige Zeit und die richtige Unterstützung von unseren Ausbildern und Lehrmästern. Es ist wichtig, dass ein Automatik-Monteur genau nach Plan arbeiten kann. Er muss Farben voneinander unterscheiden können und über längere Zeit konzentriert arbeiten. Feinmotorik ist eine wichtige Kompetenz, die wir als Automatik-Monteur beherrschen sollten, damit wir präzise Lötarbeiten verrichten müssen, wo gewisse Teile kleiner als ein halbes Reisskorngross sein könnten. Ich hoffe, dir hat es gefallen und wir freuen uns auf deine Bewerbung.